Hallo, mein Name ist Markus Kessel, ich bin Geschäftsführer bei Dach- und Fassadenbau Kessel. Wir sind ein Innerungsfachbetrieb, bilden aus und blicken auf über 30 Jahre Erfahrung zurück. Wir arbeiten für private Kunden, Hausverwaltungen und für alle, die unsere Dienste nutzen möchten. Wir bieten zum Beispiel Bedachungen aller Art, Fassadenbekleidung, Balkon- und Terrassensanierung, Dachbegrünung, Fenstereinbau, Vordächer und Hauseingängen sowie Dachrinnen und Rohre an. Dach- und Fassadenbau Kessel, wir sind Handwerk, immer oben auf! Dach- und Fassadenbau Kessel, wir sind Handwerk, immer oben auf!